Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star-Saber-Advance-Kalender mit Türchen Nr. 19, close. Zum Ende schon, besser gesagt nicht zum Ende, sondern zu den coolen Stuff, nämlich am 25. ist der coole Stuff drin. Wir gucken uns Türchen Nr. 19 an. Nach dem, was beim letzten Mal drin war, dürfte heute, glaube ich, noch ein Lückenfüller-Ding drin sein, bevor danach wieder ins Pferdeset-Teil drin ist. Und heute haben wir drin Futter. Ja, heute haben wir Futter drin. Ich sehe es jetzt gerade hier. 5, 5, 5, 5, 5. Also wir haben 5 mal Futter. 15 Futter. Ist schon ganz ordentlich. Wenn ihr mal guckt, könnt ihr auch für 150 Schillinge verkaufen. Aber ihr habt auch für 15 Tage, was ein halber Monat Essen ist. Das ist definitiv gar nicht so verkehrt. Am letzten Mal, letztes Jahr hatten wir eher sehr wenig Futter immer drin, wenn wir Futter drin hatten. Aber da muss ich ehrlich sagen, da gibt es definitiv schlimmere Sachen als so viel Futter. Von daher finde ich das gar nicht schlecht. Wenn wir Futter drin haben, dann haben wir zumindest so viel drin. Ich muss immer sagen, ich finde es gut, wenn ein Türchen sich angenehm anfühlt, wenn da nicht weniger drin ist, als man normal easy außen bekommt. Und da finde ich 15 Futter ziemlich gut. Ich finde zum Beispiel diese eine oder diese zwei Wintermarken. Das finde ich wiederum zu wenig. Da hätte ich mindestens 5 reingepackt. Aber 15 Futter finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und das heißt dann aber auch, dass wir jetzt dann uns bald an dieses Set hier weitermachen. Ich denke mal, beim nächsten Mal dürfte es wieder so ein Setteil geben. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann fertig aussieht. Und vor allem auch, was es dann noch so an anderen Sachen im Kalender gibt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.